Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Ein großes Video heute, nämlich RSA. RSA werden wahrscheinlich viele von euch schon sehnlich erwartet haben, aber ich würde euch trotzdem empfehlen, schaut euch, falls ihr dieses RSA-Video nicht ganz versteht, schaut euch zunächst einmal das RSA-Problem an. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig, das ist nämlich quasi unsere Sicherheit. Darauf beruht RSA. Okay, jetzt zu dem Verfahren selber. Ihr wollt wahrscheinlich nicht wieder lange hingehalten werden. Es geht wie immer um die Algorithmen GEN, ENG und DEC. Also der Schlüsselgenerierungsalgorithmus, der Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsalgorithmus. Okay, GEN nimmt wie immer den Sicherheitsparameter und ich schreibe auch wie immer die Sachen nicht ganz perfekt formal auf, aber wir wollen wieder mal ein N wählen, dass ein Produkt aus P und Q ist und die kriegen wir alle aus dem GEN-RSA oder GEN-Modulus heißt er, glaube ich. GEN-Modulus-Algorithmus. Dem werden wir einfach auch den Sicherheitsparameter N übergeben. Das ist jetzt ein bisschen informell hingeschrieben oder sehr informell sogar. Wir rufen hier sogar einen anderen Algorithmus auf. Was die hier sind, habe ich in den letzten paar Videos deutlich gemacht und wie wir hier Primzahlen finden, das werde ich am Ende von dem RSA-Kapitel machen. Okay, weiter geht's. Wir wollen hier viel von N berechnen. Das definieren wir uns, haben wir ja schon das letzte Mal gesagt, als P-1 mal Q-1, was offensichtlich keine Primzahl mehr ist. So, jetzt wählen wir uns, also wir können es wirklich uns aussuchen sozusagen, wähle E größer 1, aber es muss ein bisschen was gelten, nämlich mit dem größten gemeinsamen Teiler von E und Phi von N muss 1 sein. Das heißt, die beiden sind Teilerfremd. Habe ich auch letztes Mal breit erklärt, warum wir das alles machen. Im Prinzip rechnen wir im GAN-Algorithmus nicht wirklich viel, was wir nicht letztes Mal schon gemacht haben. Und D ist dann wiederum E hoch minus 1, also das Inverse, Achtung, das Inverse Modulo Phi von N. Das ist der große Trick dabei, dieses D zu berechnen. Es ist gar nicht so einfach, gibt aber ein paar coole Algorithmen dafür. So, und was wir jetzt machen, ist folgendes. Der Public Key ist gleich N und E und der Secret Key, also der, mit dem wir nur N schlüsseln können, ist D, N oder umgekehrt N, D sagen wir. Dann haben wir die gleiche Reihenfolge. Okay, so sieht der GAN-Algorithmus aus. Ist jetzt ein bisschen umständlich, aber das macht er im Prinzip und ich habe euch das letzte Mal erklärt, warum er das macht. So, gehen wir weiter und wollen uns den Verschlüsselungsalgorithmus angucken. Und jetzt kommt tatsächlich mal ein bisschen was Neues. Der Verschlüsselungsalgorithmus, der nimmt diesen Public Key, wie immer, und eine Nachricht M. Denn ich möchte ja zum Beispiel als Alice dem Bob eine Nachricht schicken können, auch wenn ich Bob noch nicht einmal gesehen habe. Ist übrigens sehr sinnvoll, zum Beispiel, wenn ihr irgendeine Website aufruft, dann müsst ihr ja auch irgendwie ein Geheimnis mit dieser Website haben. Sonst kann ja jeder kommen und sagen, hey, ich bin hier der und der und möchte mich so ausgeben. Naja, egal. Auf jeden Fall ist unser Schiffrat relativ leicht berechnet. C ist wieder mal unser Schiffrat aus M hoch E. Aber Achtung, wieder Modulo N. Achtung, nicht V von N, wie wir es hier hatten, sondern wirklich N. Und das ist eigentlich auch schon alles. Das ist ziemlich easy. Schauen wir uns den Dechiffrierungsalgorithmus an und schauen wir uns danach an, warum das Ganze so funktioniert. Der Dechiffrierungsalgorithmus nimmt wieder ein Secret Key und das Schiffrat C. Und jetzt wissen wir, dass das Schiffrat hier M hoch E Modulo N ist. Und jetzt können wir drauf kommen, naja, wir können ja einfach die Nachricht wieder ausgeben, indem wir sagen, C, also unser Schiffrat, hoch D, warum das so stimmt, sage ich euch gleich, Modulo N. Okay, warum ist das richtig? Schauen wir es uns an. C ist M hoch E. Also Modulo N spare ich mir jetzt, wir sind die ganze Zeit in Modulo N. Also unser C ist das hier und unsere Nachricht M soll dann C hoch D wieder sein. Also das Ganze hier hoch D. Okay. So. Naja, aber M hoch E hoch D ist dasselbe wie M. Ach, komm schon. Ist dasselbe wie M hoch E mal D. So. Und das ist dasselbe. Achtung. Und jetzt kommt das hier ganz, ganz wichtig. D mal E ist ja 1. Und wenn D mal E 1 ist, Modulo Phi von N, dann kriegen wir hier M raus. So, jetzt haben wir hier allerdings noch ein kleines Problem. Denn wir haben hier Modulo N. Ähm, so. Und wir haben hier Modulo N. Aber E mal D ist Modulo Phi von N gleich 1. Das heißt, irgendwas stimmt hier nicht ganz. E mal D ist 1, aber Modulo Phi von N. Ähm, ich kopiere mir den Teil hier oben. So, und hier rechnen wir ja nicht Modulo Phi von N schon gar nicht hier oben. Das ist irgendwie seltsam. Warum stimmt das Ganze jetzt? Okay, Achtung. Jetzt gibt es wieder ein bisschen lineare Algebra oder sowas in der Richtung. Also auf jeden Fall Mathematik. Denn E mal D ist im Prinzip, wir rechnen ja Modulo, ja. Ist im Prinzip dann 1 plus irgendeine ganze Zahl mal Phi von N. Okay, soweit. Denn wir haben ja hier, dass es 1 ergeben muss. Das haben wir hier oben berechnet. Und Modulo Phi von N bedeutet nichts anderes, als wir gehen manchmal wieder von vorne durch diese ganzen Zahlen durch. Das heißt, wir fangen wieder von vorne an, aber landen am Ende immer wieder bei 1. Das heißt, wir haben hier K, also irgendeine ganze Zahl, mal alle Zahlen durchgehabt. Und K kann dann zum Beispiel auch 0 sein. Wir können auch direkt sagen, okay, wir landen wieder bei 1. Aber es könnte auch 2 sein oder 3 oder so, wo wir dann wirklich die ganzen Zahlen innerhalb von 0 bis Phi von N, nicht inklusive, einmal komplett durchgegangen sind. Deswegen kann man das hier so schreiben. Nennt sich, glaube ich, auch Satz von Fermat oder sowas in die Richtung. Genau. Und wenn wir jetzt das haben, dann kann man hier oben weitermachen. Also E mal D ist 1 plus K mal Phi von N. Okay, schauen wir uns das nochmal genauer an. Ja, toll. Okay, das war so nicht geplant. Tut mir leid. Das soll natürlich alles nach oben. Also, da brauchen wir jetzt den Modulo nicht mehr hinschreiben, denn das ist echt so, egal in welchen Zahlen, beziehungsweise auch in den Nicht-Modulo-Zahlen. Vor allem, da gilt das nicht. Äh, da gilt das. Okay. M hoch 1 plus K mal Phi von N. So, das ist jetzt aber, und jetzt erinnert ihr euch vielleicht noch, wie man bei den Potenzen mit Plus umgegangen ist. Das ist jetzt dasselbe wie M hoch 1 und dann mal M hoch K mal Phi von N. Also, im Prinzip der Teil, das war eine Rechenregel, die habt ihr wahrscheinlich schon relativ lang nicht mehr gesehen, aber jetzt seht ihr sie mal wieder. Modulo Phi, äh, Modulo N. So, und jetzt haben wir hier dieses Phi von N stehen. Naja, aber das Phi von N können wir ja einsetzen. Das wissen wir ja. Das ist P minus 1 mal Q minus 1. So, und, und jetzt für die Leute, die mit Mathe schon etwas vertrauter sind, kommt der, jetzt kommt wirklich der kleine Satz von Fermat, davor habe ich irgendwie Schwachsinn geredet. Jetzt kommt der kleine Satz von Fermat, ähm, der besagt folgendes, nämlich, dass wir irgendeine Zahl, ich schreibe es gerade mal hier runter, ähm, Huch, hier ist schon die Seite zu Ende, okay, ähm, irgendeine Zahl A hoch irgendeine Zahl P, na, komm schon, ist gleich A Modulo P. Das ist jetzt ganz wichtig, denn wenn ich hier jetzt auf beiden Seiten noch einmal durch A teile, dann steht hier, wenn ich auf beiden Seiten durch A teile, dann steht A hoch P minus 1 ist gleich 1 Modulo P. Und das ist ein Trick, der ist echt cool, ähm, wichtig ist jetzt hierbei nur, dass unsere, ähm, dass unser P in dem Fall eine Primzahl ist, okay? So, oder der zweite Fall, P ist keine Primzahl, aber A und unser Modulus hier hinten, also P, A und P sind teilerfremd. Und das ist bei uns der Fall, wir können hier einfach annehmen, dass unser M, unsere Nachricht N, äh, unsere Nachricht M den Modulus N nicht teilt. Das nehmen wir einfach mal an und was wir dann rauskriegen dabei ist folgendes, wir schieben jetzt einfach das K nach hinten, ups, das eine Mal sollten wir vielleicht vorne dran schreiben, hier steht jetzt M hoch P minus 1 mal K mal Q minus 1. So, das ist aber dasselbe, wie wenn ich jetzt hier sage, okay, ich potenziere erst das hier, hoch P minus 1, hoch K mal Q minus 1. So, und jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, das hier liefert mir 1, das ist 1 und das schreibe ich jetzt einfach mal hier hin, 1 hoch irgendwas, naja, 1 hoch irgendwas ist immer 1, okay, das fällt weg und stehen bleibt M hoch 1, naja, aber M hoch 1 ist ja genau M, die Nachricht M. Gut, und damit haben wir unsere Nachricht M wieder hergestellt und brauchen nicht mal die nächste Zeile und sind hier schon fertig. Das heißt, wir haben bewiesen oder mehr oder weniger bewiesen, dass wir beim Dechiffrieren zumindest in den allermeisten Fällen, also eigentlich immer, wirklich wieder die Nachricht M rausbekommen. Super, ein Problem ist jedoch nur, dass wir hier beim Verschlüsseln einen deterministischen, also nicht Wahrscheinlichkeiten und Zufall benutzenden Algorithmus haben und ich habe schon im symmetrischen Teil geklärt, das kann nicht sicher sein, das ist relativ unsicher sogar und deswegen ist das Textbook RSA-Verfahren, was wir jetzt dieses Mal gemacht haben, auch absolut nicht sicher. Das heißt, da müssen wir noch irgendwie Zufall reinwürfeln, damit das Ganze ein bisschen besser wird und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne irgendwelche Angriffe durchlesen, ich werde euch jetzt keine dafür vorstellen, die sind nämlich alle nicht so schön, sagen wir mal. Vielleicht zeige ich euch, wenn es um digitale Signaturen geht, da haben wir auch ein paar, die auf RSA basieren. Vielleicht zeige ich euch da dann ein paar Angriffe, die sind, glaube ich, schöner gewesen. Okay, dann war es das für heute schon wieder und ja, nächstes Mal schauen wir uns an, wie wir das ganze Ding hier sicher kriegen. Alles klar, bis zum nächsten Mal, ciao!